Hallo und herzlich willkommen beim Wetter von wetter.net. Der ganz große Schneefall, der ist erst einmal vorbei. Letzte Schneeflocken gibt es noch Richtung Saarland, hier an der Grenze nach Frankreich, aber auch in Hamburg, da fallen noch einzelne Flocken vom Himmel, sonst bleibt es meistens trocken. Allerdings auch sehr wolkenverhangen, nur hier Richtung Oberrhein, da kann auch mal längere Zeit die Sonne zum Vorschein kommen und da bedeutet es, es wird meistens auch frostfrei bleiben, denn mit Sonnenschein geht es hier auch auf 1 bis 2 Grad plus, sonst Dauerfrost zwischen minus 7 Grad im Osten und 0 Grad am Niederrhein. In der kommenden Nacht, da kühlt die Luft ab auf minus 10 Grad in Berlin und Brandenburg, in den Mittelgebirgen teilweise sogar auf minus 13, stellenweise über Schnee auf minus 15 Grad, sonst Richtung Rhein mit minus 2 Grad etwas milder, dazu viele Wolken, ab und zu funkeln, aber auch mal die Sterne, stellenweise bildet sich Nebel und insgesamt gilt, fahren Sie in der Nacht vorsichtig, denn es kann auf den Straßen sehr, sehr glatt sein. Ja und in den kommenden Tagen, da geht es insgesamt freundlich weiter, immer wieder kann mal die Sonne scheinen, vor allen Dingen am Mittwoch mal am Süden, am Donnerstag und Freitag wird es dann im Norden etwas freundlicher, im Süden dagegen einzelne Schneeschauer und die Temperaturen, die gehen tendenziell weiter nach unten, Tageshöchstwerte am Freitag nur noch minus 6 bis minus 1 Grad und nachts erwarten wir Tiefstwerte zwischen minus 10 und minus 15 Grad, über Schnee sogar bis minus 20 Grad in den Mittelgebirgen. Ja, der Blick auf das kommende Wochenende zeigt, es wird ein richtig schönes Wintersportwochenende. Ab und zu scheint die Sonne, die Temperaturen bleiben im frostigen Bereich, am Sonntag beispielsweise minus 8 bis 0 Grad als Tageshöchstwerte und auch zum Wochenbeginn, da sieht es momentan nicht nach der großen Milderung aus, die sich zunächst noch angebahnt hat. Höchstwerte am Montag minus 6 bis plus 2 Grad und im Westen ziehen sogar neue Schneefälle auf, Eisregen ist noch nicht in Sicht, warten wir mal ab, ob es die Milderung wirklich schafft, sich komplett in ganz Deutschland durchzusetzen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, tschüss bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, tschüss bis morgen.